Norddeutscher Rundfunk Der ist wunderschöner. Magst du meinen Mann? Magst du den Helmut? Guck dir mal sein Geweih an. Das ist noch voller Bast. Das ist noch am Wachsen. Ja, und das ist noch ein junger. Nein, das passt. Das Geweih tut noch wachsen. Ach so. Deswegen sieht das so flauschig aus. Und das tut er dann abstreifen. Dann geht die Haut weg. Guck mal, da kommt noch mal einer. Zwei. Zwei.